Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star Janina Richter. Hallo Janina. Hallo Sven. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich bin hier gerade bei der Arbeit, da geht's mir sowieso immer gut. Das macht Laune. Du machst wieder Regie. Ich mach wieder Regie. Zum Beispiel für Henry Danger gab's ja früher mal, also noch vor ein, zwei Jahren. Ja, ist ja ganz bekannt. Und jetzt gibt's ja die Folgeserie Danger Force. Genau, aber du machst nicht nur Regie, sondern wir kennen uns ja früher, weil du mal hasig unterwegs warst. Ich war mal hasig mit dir in, wie hießen das nochmal? Tiny Toons. Tiny Toons. Da haben wir sogar gesungen. Mein Gott, haben wir so schön gesungen. Und wen sprichst du da? Wen sprach ich denn da? Ich glaube, die, äh, nicht die, die weibliche. Ich glaube auch, dass es die weibliche war, so begabt war ich nicht, dass ich die Männer gesprochen habe. Wir haben's beide, wir haben's beide vergessen, tut mir leid, aber die weibliche. Aber wir haben gesprochen und wir haben gesungen. Nur eine Minute. Und was hast du noch gemacht, zum Beispiel? Ronja. Ronja, Räubertochter. Okay. Genau. Ja, super, Leute. Ja, das war's schon wieder. Schaltet alle wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.